Es gibt Momente im Leben, die verändern alles. Jedenfalls im Fußball. Einen solchen Moment haben wir am letzten Samstag beim Spiel Deutschland gegen Italien erlebt. Der letzte Elfmeter. Jeder wusste, auf diesen Moment kommt es an. Jubel oder Tränen. Weiterkommen oder nach Hause fahren. Das hängt von diesem kurzen Moment ab, an dem der Fuß gegen den Ball trifft. Diesen kurzen Moment, auf den alles ankommt. Diese Chance, die alles verändern kann, nennt man Kairos. Ok, Kairos ist kein Fachbegriff vom Fußball. Das Wort stammt aus der Bibel. Denn da gibt es immer wieder diese plötzlichen, ganz unerwarteten Chancen. Diese Momente der Begegnung mit Jesus, die alles ändern. Zum Beispiel für den Blinden. Der hört, dass Jesus kommt. Der schreit sich die Lunge aus dem Hals. Und Jesus macht ihn sehen. Oder die kranke Frau, die nur ganz kurz von hinten das Gewand Jesu berührt. Und sie ist geheilt. Oder Zachäus, der am Zoll sitzt. Jesus geht vorbei, sagt, los komm mit. Und Zachäus verlässt alles. Sein ganzes Leben dreht sich. Diese Momente, die so wichtig sind, weil das Leben schön wird. Diese Momente nennt man Kairos. Und das Beste ist, diese Momente gibt es auch für dich. Gott ist unterwegs zu dir. Und der möchte dir begegnen. Der möchte, dass du glücklich wirst. Wenn du mich jetzt fragst, hallo, wann erlebe ich denn einen solchen Moment? Dann muss ich dir sagen, weiß ich nicht. Aber ein Fußballer weiß auch vor dem Spiel nicht, wann die Chance zum Tor kommt. Er bereitet sich aber darauf vor. Und wenn die Chance kommt, dann ergreift er sie. Darum bete ich heute im Nachtgebet darum, dass wir diese Riesenchance, Gott zu begegnen, ergreifen. Und dass wir uns darauf vorbereiten. 22 Uhr auf DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar